jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen flight universe video heute wurde der astria sneak peek angekündigt im flight universe discord und den werden wir uns jetzt einfach einmal komplett angucken kann noch nicht gemacht deswegen let's go das sind wieder nur 30 sekunden also wirklich nur ganz kleiner sneak peek das sieht schon mal og aus nur sehr viel mehr bäume rote august yetis in dark on 1 basically das gelbe gelbe geister das war's schon no way no way okay da gibt es ja nicht viel zu analysieren puh also ich finde es schade dass sie keine map eingefügt haben dass man die vielleicht mal angucken hätte können also jetzt nicht so wo der kontinent liegt wobei das gleich schon geleakt wurde aber ja einfach so von der grüße wird man so ungefähr einschätzen kann ob es größer ist oder kleiner ist als das alte astria und ja aber ich meine die brücke am anfang das ist eigentlich schon ziemlich og aber man sieht natürlich direkt so ganz viel mehr bäume und hier direkt einen berg also das ist ja quasi die brücke zwischen augen mutend augen und yeti und mutend yeti ganz am anfang also schätze ich mal also ich schätze mal da spawnt man oder da spawnt man nicht da wäre man gespawnt ist ja kein premium gebiet aber das wäre der damalige spawnt punkt gewesen quasi meine ich genau das quasi der alte eingang sozusagen oder vielleicht ist das auch der neue eingang wer weiß vielleicht kann man da mit einer brücke rüber laufen das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht die frage ist halt die frage ist halt ist das hier ein blauer augen man sieht so schlecht doch doch ganz am anfang sieht man es genau also der sieht auf jeden fall auch ganz anders aus und dann rote augen ich frage mich gerade ähm gibt es dann die gelben gar nicht mehr und die alten blauen weil das blau hier ist auch ganz anders meine webcam ist jetzt ein bisschen davor aber ihr seht es hier unten also sehr viel mehr sieht man von dem vier nicht ähm sieht komisch aus wäre irgendwie schade und die yetis sehen eigentlich unverändert aus deswegen wäre es komisch wenn die augen dann das einzige eine andere farbe haben vor allem wieso ah ne da hinten war noch ein normaler blauer augen ne moment aber der gelbe hat man nicht gesehen ja yetis sehen ganz normal aus keine mute in yetis zu sehen genau ja das haben wir schon auf diesem einen preview bild gesehen da war ja auch das sei aus wie bei steen als im endeffekt und hier ist ja auch so darkon 1 erons fabrik mäßig ähm quasi als eisgebiet finde ich das ganz cool ähm das ist halt weil asria war ja bisher quasi wirklich so komplett leer einfach also da waren nur ein paar zahnräder bäume und das war es im endeffekt ähm es ist ein bisschen mehr character wenn die ja auch noch gebäude da rein stellen und sowas also ist ein bisschen cooler also ist ein bisschen abwechslungsreicher wahrscheinlich auch kann aber auch nerviger sein weil hier zum beispiel sieht man die yetis stehen hier teilweise zwischen diesen kisten vor allem fernkämpfer kennt das problem man kann sie da nicht angreifen du kannst wegen einem hindernis nicht angreifen kann natürlich auch nervig sein wenn so viele gebäude und sowas herumstehen genau und hier muss ich mal gucken also jetzt hier nur die gelben gesehen gelbe kings so die frage was die neuen farben bedeuten sind die denn also weil sie stärker sind oder was ist mit den alten farben passiert bei augen haben wir schon gesagt da gab es einen blauen ganz normal aber das sind das sind alles gelbe wenn ich das richtig sehe genau und das war es im endeffekt schon wow also echt crazy ja und hier auch nochmal sieht aus wie bei nutty wheel driller steen halt so das area genau sieht eigentlich fast wirklich einfach aus wie jetzt hätten sie darkon 1 mit schnee bedeckt hoffentlich haben sie das nicht getan kein spaß ja aber das war es tatsächlich schon das ist leider sehr wenig das ist noch viel weniger als beim volcano dungeon obwohl die sneak peeks gleich lang sind aber irgendwie hat man beim volcano dungeon mehr sagen können aber gut wahrscheinlich deswegen weil den volcano dungeon gab es schon mal und astrea gab es zwar auch schon aber das ist jetzt ja quasi also man kann es nicht direkt vergleichen weil es ja einfach ein neues kein premium gebiet ist sondern ein neues richtiges gebiet und ja gut beim volcano dungeon hast du halt eh nur zwei drei monster drin gehabt ich meine jetzt hier mammuts hat man nicht gesehen mutant jedi hat man nicht gesehen mutant augur hat man nicht gesehen die beiden anderen ghosts hat man nicht gesehen es gibt jetzt gelbe ghosts vielleicht sind das kaiser ghost of the forgotten emperor oder so ja keine ahnung aber es ist eigentlich ganz cool mal gucken ob da noch mehr kommt also ich vermute meine persönliche schätzung ist by the way die folgende nächsten montag kriegen wir sneak peek zum pet system und den montag drauf beziehungsweise die sauerwartung darauf folgend also nicht die sauerwartung am nächsten und übernächsten tag sondern wirklich die eine woche später kommt dann das update also quasi erste august woche müsste das dann glaube ich sein das ist meine persönliche vermutung würde einfach sinn machen du hast drei wochen also du hast die ankündigung dann hast du drei wochen sneak peek und dann die woche drauf kommt es also wäre so ein klassisches eigentlich ja release zeitfenster würde ich sagen aber es ist wie gesagt nur meine persönliche vermutung also es ist nicht confirmed oder irgendwas aber ich finde es ganz interessant dass man hier diese sneak peeks überhaupt mal bekommt weil vorher war es ja wirklich so zumindest bei den Patches die Werktür kriegen ich meine wenn sich viele Leute über irgendwas bestimmtes beschweren und sie sagen okay da wird was kommen dann kann man schon abschätzen okay irgendwann wird also im nächsten oder übernächsten Patch wird wahrscheinlich was dazu kommen aber jetzt weiß man dann einfach genau okay so sieht es aus also da kann man sich einfach viel mehr darunter vorstellen wenn man halt Bäder von den Sachen sieht und dann weiß man einfach schon ein bisschen was auf hinzukommt und außerdem hypt es natürlich die Leute wieder ein bisschen und ja mehr kann man aber leider wirklich nicht dazu sagen also ich finde es schade dass sie nicht mal alle Monster gezeigt haben aber gut das ist halt der Sinn von einem Sneak Peek sag ich mal aber beim Volcano Dungeon haben sie wahrscheinlich, naja wobei man weiß es nicht vielleicht haben sie beim Volcano Dungeon auch nicht alle Monster gezeigt man weiß es nicht ja das stellt sich jetzt tatsächlich die Frage haben sie beim Volcano Dungeon alles gezeigt? wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht tatsächlich aber ich dachte eigentlich beim Volcano Sneak Peek hätten sie nur den Boss nicht gezeigt hier war es doch deutlich mehr was sie im Verborgenen gelassen haben aber jo das ist das neue Astria ich benachte mich auf jeden Fall recht herzlich fürs zusehen und mich selber an Like, Kommentaren, Abo von euch freuen bis zum nächsten Mal ciao ciao b 1 Zenes 1 2 3 4 5 5 5 6 8 6 7 8 8 Vielen Dank.